Jetzt beginnen wir Menschen zu lesen und ich werde dir hier einen Pro-Tipp geben, wie du eben Menschenlesen beginnen kannst und welche 5 Schritte essentiell wichtig sind. Hallo, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Hans Hohschler, ich bin Swiss Profiler und ich lese Menschen. Und genau hier beginnen wir, wo ich dir essentielle 5 Schritte weitergebe, die beim Beginn Menschenlesen essentiell wichtig sind. Und bevor wir beginnen, habe ich hier unten einen Link, wo ein Geschenk ist, drücke drauf und du bekommst von mir grandiose Punkte, wo die meisten Menschen tun, bevor sie wirklich das Menschenlesen beginnen. Also drücke gleich drauf. Im ersten Schritt möchte ich dir gleich weitergeben, es kommt nämlich darauf an, mit welchen Ressourcen wir zu arbeiten haben. Und das ist der erste Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Nun, was ist jetzt eine Ressource, was kann man darunter vorstellen? Da habe ich einige Punkte für dich zusammengestellt. Das erste ist, du hast einen Menschen vor dir, der lebt. Das ist eine Ressource, wo du von Menschen ein Profiling erstellen kannst. Im weiteren ist, du kannst auch einen Mensch haben, der bereits verstorben ist. Das ist auch eine Ressource, wo wir beginnen, Menschen zu lesen. Im anderen gibt es natürlich auch solche Gegenstände, wie einen Kugelschreiber, wo wir einfach bekommen und ab dem müssen wir ein Profiling machen, wo Menschen benutzt haben. Also wenn Menschen solche Stifte berühren, über einen Tag, über eine Woche, über einen Monat, über Jahre. Du kennst das wahrscheinlich auch, dass Menschen solche Umhänge haben, Ketterli haben oder sie tragen ja auch gewisse Ringe oder Uhren. Und das kann man alles auch als Datenträger, wie ich es gerne nenne, nutzen, um eben daraus Sachen zu lesen. Und da ist essentiell wichtig, dass man hier mal überlegt, welche Ressource haben wir denn, um Menschen zu lesen. Das ist der Punkt eins. Im zweiten Punkt habe ich dir etwas ganz Bestätiges zugetragen. Hier habe ich so einen Faden, den ich nicht gerne habe. Bekommt es darauf an, ist die Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist der beste Teil deines Bestehens, um eben zu verstehen, um was es Menschen lesen geht. Aber es ist auch der grösste Feind. Denn wenn du als Beispiel frisch verliebt bist, spielt deine Wahrnehmung ein bisschen verrückt, wie ich gerne sage. Und du siehst einen Menschen so, wie du ihn gerne sehen möchtest. Das bedringt aber, dass es nichts mit der Realität zu tun hat. Und du wirst jetzt auch sehen, die Wahrnehmung kann der grösste Feind sein, wenn er nicht trainiert ist und hier dir etwas vorgaukelt, was gar nicht da ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir als Profiler beginnen, die Wahrnehmung zu schulen. Und hier werden wir Sachen wahrnehmen, Schwingungen und Frequenzen. Das bedeutet, eine Ressource löst Schwingungen und Frequenzen aus, die wir als Mensch schlussendlich wahrnehmen können. Jetzt kommt Schritt 3. Im Schritt 3 habe ich für dich aufgeschrieben, was passiert denn jetzt, wenn diese Ressource in Schwingungen und Frequenzen auf den Körper trifft. Dann löst es in dir eine Aktion und eine Reaktion aus. Das bedeutet, in deinem Körper geht jetzt etwas ab und jetzt wird das ganz spannend. Es werden nicht nur einfach neuronale Sequenzen ausgestrahlt, sondern nein, es gibt hier wirklich so einen chemischen Mix, wo jetzt beginnt. Also jetzt beginnt es in Aktion und Reaktion. Was ist eine Aktion? Eine Aktion ist, ich habe hier das Dokument, wo ich für mich Notizen mache, um eben auch deine Punkte durchzugehen. Das ist eine Aktiv, habe ich da etwas aufgeschrieben und ich mache es am liebsten so im Beispiel. Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, ist das eine Aktion. Die Reaktion ist danach, dass dieser Stein auf die Wasserfläche auftritt und dann kann es spritzen und was passiert danach? Dann entstehen wunderbare Ringewellen, die du eben hier siehst. Das ist bewusste Aktion und danach eine Reaktion, wo du merkst, ja, das passt. Was passiert jetzt aber unter dem Wasser? Was kannst du da sehen? Was kannst du da wahrnehmen? Geht der Stein gerade nach unten oder nach vorn, nach hinten, nach links und rechts? Jetzt trifft er da in einer Seite ab, wie wir es gerade angeschaut haben und kann es ja auch sein, dass da unten ein Fisch ist oder ein Frosch, dem das gar nicht passt und du den in seinem Lebenszyklus störst. Das ist dann quasi das, was du nicht beachtet hast oder einfach diese Reaktion war dir nicht bewusst. Das ist der nächste Schritt. Und im vierten Schritt, im vierten Schritt habe ich dir folgende Punkte aufgeschrieben. Hier kommt nämlich, setzt dein Verstand ein. Der Verstand ist dein grösster Freund, wie auch grösster Feind, denn der fragt sich jetzt, hallo, kann ich denn das aktiv nutzen? Aus diesem Grund wird jetzt ein Filter bei dir generiert und dieser Filter hat extremst mit einer direkten Bindung mit deinem Mindset, denn der sagt dir, also diese Information mit diesem Frosch, da brauchst du nicht fürs Leben. Das geht ins Unterbewusstsein. Aber dieser Stein und dieser Aufprall auf dem Wasser, das war spannend. Das werden wir jetzt aktiv ins Bewusstsein rufen, dass dir das präsent ist und so du das auch verstanden hast und zuordnen kannst. Und der grösste Teil eines Frequenzen und Schwingungen im Tag werden durch das Mindset eines Menschen ins Unterbewusstsein geworfen, weil die das Gefühl haben, du brauchst das nicht für dein Überleben. Um Gottes Willen, was sollen wir hier mit diesen Gefühlen und mit diesen Wahrnehmungen, die wir tagtäglich brauchen, das kann dir kein Porsche, kein Ferrari holen, das kann dir auch kein Bankkonto grösser machen und 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 und. Solche Mindset haben wir da draussen und ich kann dir eins schon sagen, da können wir doch ganz grosse Arbeit leisten, weil dieses Verständnis ist essentiell wichtig, dass du nicht mehr 80% von deinem täglichen Aufnahme an Informationen ins Unterbewusstsein schweißt, sondern dass wir hier dies komplett kehren und da in das aktive Bewusstsein tun, damit du in Zukunft viel besser Menschen lesen kannst. Das war jetzt dieser Punkt 4 mit diesem Filter, wo wir tagtäglich haben. Der fünfte Schritt ist, was sagen jetzt meine Sinne? Denn jetzt ist es im Körper drin, wir haben unseren Filter aktiviert und jetzt spielt das ganze Spiel auf deine Sinne und da wird in uns was ausgelöst. Die meisten Menschen haben danach einfach irgendwo ein Gefühl, das auftritt. Dieses Gefühl ist einen Sinn. Wenn wir jetzt aber zurückgehen, welche Sinne wir sonst haben, das sind noch viele mehr. Wir haben nicht nur das Gefühl, wir haben die Augen, wir haben die Nasen, wir haben die Ohren und der Mund und eben das Gefühl, wo über den Körper geht und ganz viele Menschen sagen, wir haben ja auch einen sechsten Sinn. Und diese Sinne können jetzt geschult werden, dass du genau hier viel mehr Informationen herausziehen kannst, die eben auch danach für dich nutzbar sind und einen riesen Mehrwert geben. Ich kann dir auch schon eins sagen, viele Menschen haben auch Bilder, die hochkommen und genau diese Bilder schlussendlich zuordnen. Menschen, die jetzt aber hellsichtig sind, die haben diesen Filter, wo ich bei, was war das, bei Punkt 4 auch erzählt habe, haben den ganz anders justiert. Meine Wahrnehmung war da viel sensitiver und ich konnte viel mehr wahrnehmen. Das hat mich früher aber auch komplett überfordert und ich konnte diesen Weg nicht finden. Das bedeutet nicht einfach, wenn du hellsichtig bist, kannst du bessere Profilings erstellen und Menschen lesen. Das ist ein Training, das ich tagtäglich führe und für dich da aufgebaut habe und diese 5 Schritte zusammengestellt habe, was ich tagtäglich tue. Nun liegt es an dir, dass du diese 5 Schritte für dich einsetzt, um in deinen Tag, Alltag die Menschen besser zu verstehen. Also das war jetzt das Basic, zu verstehen, Menschen lesen und dass du jetzt beginnen kannst. Wenn du das Gefühl hast, Mensch, das ist doch mega kompliziert, dann kann ich das Menschen lesen auch direkt für dich machen. Wenn du denkst, Mensch, das ist doch ganz spannend, das will ich auch. Ja, das kannst du, jetzt siehst du nämlich auch, das können auch andere Menschen. Du musst einfach interessiert sein und du musst Zeit dafür haben, das umzusetzen zu wollen. Im nächsten Schritt ist, du musst nicht hellsichtig sein, um das zu trainieren. Nein, das kann jeder Mensch. Du musst einfach Punkt 1 haben, du musst Interesse haben. Punkt 2, du musst Zeit haben, um das zu tun. Es hat mich gefreut, dass ich dir hier diese Basic weitergeben konnte, um eben Menschen zu lesen, damit wir hier jetzt mal einen Start haben, dass du siehst, welche Punkte Schritt für Schritt wichtig sind, dass du das schlussendlich für dich umsetzen kannst. Ich wünsche dir hier weiter viel Spass auf meinem Kanal. Wenn dir wieder gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn gleich abonnierst und den Daumen hoch gibst. In diesem Sinne wünsche ich dir als Wies Profiler einen wunderschönen Tag. Bis bald und wir sehen uns im nächsten Video.